Ja, Marc Bellinghaus zurück. Jetzt habe ich gerade vor fünf Minuten dieses Video über Kinderschutz und alles mit Herrn Schambert gepostet. Dann habe ich noch eine andere Google-Sache geklickt und bumm, bin ich schon wieder fündig geworden. Das ist ja schon ein bisschen seltsam. Da schaue ich mir die Internetseite von der deutsch-niederländischen Juristenkonferenz an vom 5. September 2019. Da sitzt der werte Herr Schambert, der noch Präsident des Landgerichts Münster, am Tisch mit einigen mir bekannten Gesichtern, zumindest die Dame ganz rechts mit Brille, langes, dunkles Haar. Das ist die Richterin, Frau Yasemine Saglam, die sich wirklich diese Schauermärchen über mich angehört hat. Und das für zwölf, ich wiederhole, für zwölf lange Stunden im Gebäude der Staatsanwaltschaft. Da wurde unter anderem die Frau Nachbarin Sigrid B., Punkt, wurde auf mich gehetzt von meiner Halbschwester Patricia B., Punkt. Und mein Nachbar Jonas J., Punkt und Günther F., Punkt, haben alle gegen mich ausgesagt, ich hätte mich als Adolf Hitler verkleidet und hätte die Nachbarin rassistisch beleidigt. Das muss man sich mal vorstellen. Nun ist Frau Yasemine Saglam türkischer Abstammung, und das ist ja auch nichts Schlimmes, das ist auch wunderbar, und hat mich aber dann so vorgeführt, als wäre ich wirklich irgendwie eine Verdachtsperson. Sie hat mit Frau Sigrid B. dann über Multikulti und alles Mögliche, diesen ganzen Schrott musste ich mir anhören. Rechtsanwalt Nölke hat mich unter der Gürtellinie beleidigen dürfen, Frau Saglam. Dann ging die Frau Sigrid B. noch eine richtige Ecke tiefer und hat behauptet, ich hätte mich an ihre Enkel rangemacht. Ich weiß nicht, das sind, glaube ich, im Babyalter, ich kenne die gar nicht. Also ich habe dann auch von der Frau Saglam verlangt, dass diese Aussage von dieser Frau Sigrid B., weil das die übelste und schlimmste Verleumdung war, weil ich da nämlich gerade Saturdays for Children gegründet habe, das war 2020, und die hat sich natürlich nichts anderes ausgedacht mit meiner Schwester, als zu sagen, ja, der Marc Berlinghaus, der ist doch bestimmt selbstpädophil. So, das mit einem Missbrauchsapparat zu tun. Lange Rede, kurzer Sinn, die Klage Schmidt gegen Schmidt, die Frau Saglam hier in wirklich absolut sadistischer Form durchgezogen hat, wurde letztendlich eingestellt. Ich habe also offiziell gewonnen gegen Patricia B. Und die ganzen anderen, gegen Schmidt, da habe ich vier Klagen hintereinander gewonnen. Und da sitzt eben in der Mitte, am Tisch sitzt eben dieser Werteherr Schambert, der ja auch bekannt ist als wunderbarer Künstler, als Shanty-Sänger und, und, und. Das war hier 2019, also bevor diese ganzen Kräche da im Amtsgericht gegen mich losgingen. Und dann habe ich doch da gerade noch einen Namen gefunden. Schauen Sie selber, aha, da steht Rechtsanwältin Katharina Neuroth, LLM, Alpmann-Fröhlich. Ach, das ist aber interessant. Rechtsanwält, Gewaltgesellschaft, Münster. Jetzt ist das, ist das jetzt ein reiner Zufall, Herr Präsident Schambert, dass ausgerechnet diese Firma mir eine einstweilige Verfügung aufgehetzt hat vom Theater Münster. Und zwar anderthalb Monate, nachdem ich Strafanzeige gestellt habe gegen das Theater Münster und gegen Frau Katharina Tollmein und gegen den Vertreter von Frau Katharina Tollmein, Herrn Remsi Al-Khalisi, der mich so wörtlich im Theater als schwuler Hitler-Jude rausgeschmissen hat und das noch vor zwei weiteren Zeugen. Also was hier abgeht, das ist, das ist wirklich ein Hammer. Aber wie gesagt, Herr Schambert, ich habe ja jetzt bewiesen, dass diese Rechtsanwaltgesellschaft mit Ihnen am Tisch hockt. Also Sie können ja jemanden anderes für dumm verkaufen, aber mich nicht. Tut mir leid. Ich bin nicht so blöd und falle auf Ihre Mätzchen rein. Sie wollen hier, Sie wollen mir verbieten zu sagen, dass das mein Theaterstück war, was da geklaut wurde und von Kinderhaus in Kinderhäuser umgetauft wurde. Und Sie machen hier die übelsten Sachen. Ich weiß ja nicht, was ich hier noch entdecke. Da, Alpmann, die werde ich dann am 17.04. Das ist also jetzt, fällt unter die Rubrik Beweismittel Nummer so und so. Dankeschön, alles Gute.